Hi liebe Kickers-Fans, der Spielplan ist raus und was soll ich sagen, wir sind alle richtig happy, endlich mal ein Heimspiel am Dalle zum Auftakt, dazu noch ein bayerisches Duell. Was gibt's schöneres? Und die beste Möglichkeit, sich da direkt Tickets zu sichern, ist natürlich, sich eine Dauerkarte zu holen. Je mehr Dauerkarten, desto besser natürlich für uns. Je mehr Zuschauer wir Woche für Woche zu Hause am Dalle haben, desto mehr Unterstützung haben wir und die haben wir natürlich nötig. Wir brauchen euch, wir müssen zusammenhalten, hier auf den Tribünen, hier auf dem Platz und deswegen holt euch die Dauerkarte.